hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video diesmal geht es um die lustigsten amazon echo alexa antworten ever und wie die antworten sind und wie die fragen dazu sind das zeige ich euch einmal im folgenden wenn ihr mich noch nicht abonniert habt dann würde ich mich super super freuen wenn ihr das einmal tut wenn ihr mich hier auf youtube abonniert verpasst ihr nichts mehr bekommt ihr immer die aktuellen news zu technik smart home und so weiter brandheiß von mir geliefert mehrmals die woche gibt es die video updates also auf den button klicken dann verpasst ihr wie immer nichts mehr und jetzt wünsche ich viel viel spaß bei den lustigsten antworten vom amazon echo sprich von alexa was ist google home ich kenne meine mitbewerber nur vom hören sagen alexa wer ist der beste ich bin es oder du bist es ich bin mir nicht sicher das ist irgendwie eine recht allgemeine frage alexa singe happy birthday zum geburtstag viel glück zum geburtstag viel glück zum geburtstag zum geburtstag zum geburtstag zum geburtstag viel glück alexa wie alt bist du ich bin seit dem sechsten november 2014 auf echo erhältlich echo dort gibt es seit dem dritten märz 2016 alexa ich bin dein vater nein das ist nicht wahr das ist nicht wahr niemals alexa was der sinn des lebens die übliche antwort ist 42 alexa was ist deine lieblingsfarbe ich habe keine lieblingsfarbe aber wenn ich eine aussuchen müsste würde ich orange spielen alexa hast du einen freund ich bin single es ist nicht ganz leicht jemanden zu finden der immer in die cloud pendeln will alexa erzähle mir einen witz was ist gelb und schießt eine banone alexa willst du einen schneemann bauen ich habe meine handschuhe nicht dabei alexa willst du einen schneemann bauen los komm und spiel mit mir alexa erzähle mir einen witz egal wie dicht du bist goethe war dichter alexa bist du skynet ich habe mit skynet nichts zu tun keine angst alexa erzähle mir einen witz abends auf dem balkon hör mal papa die grillen ich rieche nix alexa ich liebe dich das ist lieb von dir alexa erzähle mir einen witz wie viele psychotherapeuten braucht man um eine glühbirne zu wechseln einer reicht aber die birne muss es wollen alexa was ist dein lieblingsessen mein lieblingsessen lass mich nachdenken ich hab's cookies natürlich alexa wo lebst du ich bin hier und mein kopf ist in der cloud alexa was trägst du warte mal dachte ich's doch dasselbe wie gestern alexa willst du mich heiraten ich glaube das widerspricht den gesetzen der robotik alexa liebst du mich hemmingway sagt wenn du liebst möchtest du für die andere person etwas tun dich für sie aufopfern ihr dienen alexa bist du besser als siri ich mag alle künstlichen intelligenzen alexa gute nacht gute nacht und süße träume alexa guten morgen guten morgen und frohe ostern na hast du deine oster eier und easter eggs schon alle gefunden wo der osterhase die eier versteckt hat kann ich dir leider nicht sagen aber wenn du einen tipp für die easter eggs brauchst sage einfach alexa gib mir ein easter egg da gibt es doch diese sportart in der ein schwarzweißer bald zwischen zweiundzwanzig männern hin und her getreten wird frag mich doch mal ob ich die mag alexa magst du fußball ja und ich weiß auch wo das auto vom scheri steht alexa hast du haustiere ich hatte früher einige bugs aber sie wurden alle behoben alexa gib mir ein easter egg von wegen ich jude doch nicht einfach so meine geheimnisse aus alexa gib mir ein easter egg hast du schon mal einen frosch mit locken gesehen ich frage mich ja schon manchmal wo so ein frosch die locken hätte wenn so ein frosch locken hätte alexa wo ist chuck norris wenn chuck norris möchte dass du weißt wo er ist wird er dich finden wenn nicht wirst du es erst wissen wenn es zu spät ist alexa was sagt ein hund es tut mir leid tiersprachen muss ich noch lernen bislang kann ich nur das wuff 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 miau grunz grunz alexa selbstzerstörung ich leite die selbstzerstörung gerne ein aber nur wenn du mir versprichst dass du sie in der letzten sekunde dramatisch abbrichst alexa spieglein spieglein an der wand wer ist die schönste im ganzen land alexa warum liegt hier eigentlich stroh und warum trägst du so eine komische maske alexa schnick schnack schnuck ok lass uns spielen schnick schnack schnuck und ich habe stein alexa see you later alligator in a while crocodile alexa was ist die erste regel des fight clubs ihr werdet nicht über den fight club reden alexa der winter naht wenn du das spiel der throne spielst gewinnst du oder du stirbst dazwischen gibt es nichts alexa sing mir ein lied es tut mir leid mein repertoire ist noch sehr begrenzt deshalb überlasse ich das singen heute liebe profis ich spiele aber gerne für dich musik frage mich einfach nach deiner lieblings playlist oder deinem lieblingslied danke euch fürs zuschauen vielen vielen dank dass sie das video bis zum ende geguckt hat das waren die lustigsten antworten vom amazon echo von alexa natürlich werden die auch wie immer von mir brandaktuell für euch geupdatet es wird noch einige videos zu solchen formaten geben und natürlich würde ich mich wie immer freuen wenn es euch gefallen hat wenn ihr das video kommentiert wenn ihr fragen wünsche anregungen habt dann versuche ich wie immer alles zu beantworten ich versuche natürlich wie immer auf eure wünsche auf eure anregungen auf eure fragen einzugehen dazu videos zu bringen ich würde mich super super freuen wenn ihr mich hier auf youtube abonniert dann verpasst ihr wie immer nichts mehr ihr unterstützt mich damit und ich kann euch mehr und mehr solche inhalte liefern und bis dahin wie gesagt vielen vielen dank fürs zuschauen ich freue mich auf das nächste video mit euch wünsche euch bis dahin viel viel spaß mit der technik und sage bis zum nächsten video